Wie vorhersehbar bist du? Teste dich jetzt! Als erstes möchte ich, dass du deinen Finger auf das Viereck mit dem Wort Start legst. Während des Tests kannst du dich von links nach rechts bewegen, du kannst von oben nach unten und du kannst auf eine Form, die du vorher schon besucht hast, gehen. Du darfst alles machen, außer dich diagonal zu bewegen. Auf geht's! Bewege deinen Finger nun einmal in eine Richtung. Jetzt, da du deine Finger auf diesem Quadrat oder auf diesem Quadrat hier hast, behalte ihn genau dort. Jedes Mal, wenn ich eine Zahl nenne, bewegst du deinen Finger zu einem anderen Feld. Erinnere dich daran, du kannst dich überall hin bewegen. Von links nach rechts, von rechts nach links, nach oben oder unten, aber auf keinen Fall diagonal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt sage ich voraus, dass du nicht das Haus gewählt hast. Und weiter geht's. Eins, zwei, drei. Ich bin mir sehr sicher, dass du dich auch nicht für das V entschieden hast. Richtig? Und wir machen weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dieses Mal bin ich mir ziemlich sicher, dass du dieses Symbol hier auch nicht gewählt hast. Weiter geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dein Finger ist dieses Mal definitiv nicht auf dem Pluszeichen gelandet. Und wieder bewegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Du hast dich nicht für das traurige Gesicht entschieden. Interessant. Und weiter geht's. Eins, zwei, drei. Diesmal liegt dein Finger nicht auf den Wellen. Mache nun eine letzte Bewegung. Meine Vorhersage trifft zu. Für das Herz hast du dich auch nicht entschieden. Dafür aber für das glückliche Gesicht. Jetzt kannst du noch deine Freunde testen und dieses Video mit ihnen teilen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.